Geben Sie Ihren PIN immer verdeckt ein, um Betrügern das Abfilmen zu erschweren und lassen Sie die Finger zwei Sekunden auf allen Tasten ruhen. Seien Sie kreativ bei der Wahl Ihres PIN und lassen Sie Ihre Karte bei Verlust sofort sperren. Bewahren Sie PIN und Karte getrennt auf oder noch besser, prägen Sie sich den PIN ein. Lassen Sie Ihr Passfoto auf die Karte drucken und unterschreiben Sie sie sofort nach Erhalt, damit Betrüger es noch schwerer haben.